Ich bin sehr froh, ich bin ein guter Wehr, ein neuer Trainer. Ich bin immer froh am ersten Tag mit dem Fußball. Das lernen von einem neuen Trainer ist sehr wichtig für uns und für mich. Ich habe die Pressekonferenz gesehen und mit ihm ein bisschen gesprochen. Mein Eindruck ist sehr, sehr gut. Für mich persönlich ist es sehr wichtig mit einer guten Vorbereitung. Ich habe nicht in zwei Saisonen gut vorbereitet. Für mich ist es sehr wichtig, um gesund zu bleiben. Ich bin optimistisch. Ich bin froh, um eine neue Saison zu beginnen.